Hallo, hallo, wir sind von ErnstFM. Ich bin Clara, wie immer, und das ist Chrissi. Ihr kennt uns vielleicht von der Sixties Show. Und wir sind auf dem Fuchsbau-Festival unterwegs und haben hier die tollen NOS bei uns stehen. In einer Bar haben wir sie getroffen und wollten sie ein paar Sachen fragen zu ihrer Musik. Aber natürlich werden wir es in Englisch machen, denn sie sind aus Paris und wir sind aus Deutschland. Wir treffen uns in der Mitte und sprechen Englisch. Und die erste Sache, die ich wissen wollte, ist, dass ich viel über dich als ein sehr unbekannte Pär musikalisch gelesen habe. Weil du eher klassische Hintergrund hast, weil du klassische Musik studierst. Ja, ja. Und du warst immer der DJ. Und wie kam das zusammen, als ein Duo? Ich produziere Elektronik Musik auf mein eigenes. Ja. Ja. Und ich mixierte viel Jazz, Free Jazz Influenzen. Und dann haben wir uns getroffen und haben angefangen zu machen. Er wusste nichts über Elektronik Musik. Und dann haben wir angefangen zu machen zusammen. Ja. Okay. Und du fühlst dich immer diese Unterschiede? Diese verschiedenen Hintergrund? Oder wurde es jetzt mitgebracht? Wir hörten die gleiche Musik. Die Jazz, Free Jazz, die klassische Musik. Ich hörte die gleiche wie Ezekiel. Wir haben nicht die gleiche Formation, aber wir lieben die gleiche Musik. Ja. Okay. Ja. Okay. So, es matchierte wirklich gut. Ja. Ja. Aber jetzt weiß er mehr über Elektronik Musik. Ein bisschen. Ja. David Guetta. Ja. Wer weiß David Guetta. Ja. Aber auf der Ebene. Auf der Ebene. Ich hatte die impression, dass du sehr gut matchst. In deinem Show, das du machst. Ist das nur auf der Ebene oder auf der Ebene? Auf der Ebene. Und auf der Ebene. Ja. Und auf der Ebene. Wir sprechen nicht zusammen, wenn wir auf der Ebene. Klar. Ja. Wir haben eine Interviews und eine Obligation. Du musst dann sehen, wie Freunde. Ja. Das ist so schwer, oder? Nachdem wir es mehr ... Wir kämpfen. Ja. Okay. Okay. Ja, das ist das, was ich erwähnt. Okay, danke. Okay. Du willst du etwas sagen? Ich bin sehr entschuldig. Ja, das war's. Das war's. Wir sehen uns auf YouTube. Wir sahen einige unserer Show auf YouTube. Das war's nicht so. Nein. Es ist fach. Es ist eine sehr stelle. Du machst du auf sehr schöne Show, wie du Handschern. Mit Champagner. Ja. Ja. Ich liebe die Champagner. Ja, ich freue mich sehr. Und ... Du machst du ... Hallo. Du machst du bestimmte Rheil vor dem Tempel? Oder ist es nur so wie ich in der Ebene? Ja. Wir sind. Ja, das ist sehr natürliche. Also hast du keinen Charakter für die Szene entwickelt? Ja, wir arbeiten viel über die Szene. Das ist wirklich eine Sache, die mich interessiert. Ist es wirklich spontanisch? Oder ist es eher... dass du jetzt einige Traditionen hast, die du immer machen? Also ist es nicht alles spontanisch? Aber was ist der Moment? Nein, es handelt auf die Zuschauer und die Plätze. Manche Dinge, manche Dinge, manche Dinge, manche Dinge, manche andere. Beispielsweise in Montréal, wir spielten im Winter. Und wir haben... Es war außerhalb. Und wir haben geschlossen. Es ist nicht lustig, wenn es der Sommer in... Hamburg 2. Vielleicht ist es lustig. Er sagte, vielleicht könnte es lustig sein. Okay. Okay. So, um... Are you always okay with what the other one does on stage? During the performance? I don't see. You don't see each other? No? No? You always... Just look to the audience and... Yeah, anyway, yeah, okay, you can do whatever you want. Sometimes he sleeps or sometimes he's awake and... Sometimes... He drinks. Yeah. Okay, but, um... Go to the toilet. Sometimes. During the show. And the other one doesn't notice. It happens, yeah. But... What would you do? The stage is life, you know, so... Yeah, yeah. If you want to go to the toilet when you're on stage, what you do? Yeah, you have to go. Yeah. In the interview, for example. Yeah. But don't go now, please, because it took us so long to... No, but you, what you would do? Oh, oh, I would say, I'm sorry, I have to go now. Okay, but, yeah, with all the champagne you have to go to the toilet once. Yeah, but it's better than beer. Yeah, that's right. Tell me, yeah. Okay, because, um, but, um, you said that, um, stage is life. Is it really like, um, that what you do on stage is your normal character? Or is it more natural what you do on stage? Because you think you can get loose and just do whatever you want? Is it always like this? Or do you think that you have to, like, be a different you when you're off stage? What is about that? Which one is more you? The one on stage and one off stage? Uh, the one with alcohol. So that could be on stage and off stage? Yeah, exactly. Okay. Some album. Yeah, okay. So, um, let's talk a bit about your new album, which just came out by now. And, um, I think it's a little bit less, a little less dance floor this time. A little more, like, being in the living room, relaxing? Yeah, yeah. A little like that? But we, we, we did, uh, two versions of the album. One version is more... The bass room and the other for the... The dance room. Yeah. How did it come that you made something for the living room, too? Uh, it was the, the idea we, because we, we were working with, uh, uh, drummer and, uh, guitar player. And we wanted to make music as a band. Uh, so it, it was natural to make, like, more listening music. And, uh, when we finished the album, we decided to, uh, remix all the tracks and have some versions for the dance floor. Because we like also the dance floor. Yeah. Okay. But it was not to, like, keep the fans to your side because they are used to your dance, more dance floor music? Maybe a little bit, but also, uh, because we like to play on, um, in clubs and, and, and play music to dance, dance music. Yeah. So it's not because everyone's getting older and getting more quiet? Yeah. Also, we do, uh, uh... Yeah. Spend more time in the living room. No, it's true that, uh, the, we also want to do music we want to listen to. Mm-hmm. Yes. Yeah. Okay. And, um, are some more changes planned in the future for, musically, for Noz, or anything regarding... I don't know yet. We're, now we're working, uh, mainly on, on remixes. Mm-hmm. Uh, different remixes for different people, and, but, um, further than that, I don't know. Okay. We have, maybe, some collaborations, but we don't, nothing is true yet. Okay. Yeah. Um, and, uh, do you already have your vodka bottle for the concert? No, we stopped the vodka. We're doing champagne. Yeah? You're not... Why? Why is that? Why the sudden change? We are old. So, the older people drink champagne? Or, the other people drink vodka for us. Okay. Okay, but you have your bottle of champagne for later? Yeah, and, I think so, yeah. Should be, yeah. Alright, so we're gonna drink the vodka, and you're gonna drink the champagne. Exactly, yeah. And we're going to have a break. And maybe we share the, yeah. Yeah, okay. So, uh, we see us at our, at your concert. Sure. Sure. Yeah, we are, um, very excited about that. And, uh, we're, uh, very excited about that. Um, uh, we're, um, very excited about that. Um, uh, we're, um, very excited about that. Vielen Dank.